Wenn du schon über 18 bist, kannst du leider deine Eltern in der Regel nicht nachholen. Also eine Chance hat man vielleicht in bestimmten sozusagen Ausnahmesituationen, wenn ein volljähriges Familienmitglied noch im Ausland ist und kein eigenständiges Leben führen kann, zum Beispiel wegen einer schweren Krankheit oder einer schweren Behinderung und deswegen familiäre Hilfe braucht und diese familiäre Hilfe auch nur in Deutschland erbracht werden kann. Das ist insgesamt eine sehr hohe Hürde und sehr schwierig die Behörden sozusagen davon zu überzeugen.